Schauen wir uns in diesem Video an, wie wir uns auf einem aktuellen Ubuntu System, in dem Falle 2004 LTS oder 20.10 PHP 8 mit dem aktuellen WordPress installieren können. WordPress ist seit der Version 5.6 mit PHP 8 kompatibel und ermöglicht es uns jetzt noch einmal einen Performance Boost dahingehend zu gewinnen. Wir brauchen dazu unser WordPress Image, einen Linux Server, am besten frisch aufgesetzten Ubuntu Server, im besten Falle die LTS Versionen, diese stehen eben für den Long Term Support. Das bedeutet eben, man kann diese Versionen wirklich jahrelang nutzen, diese werden auch mit Sicherheitsupdates versorgt und eignen sich dann ideal dadurch auch als Serverumgebung. Natürlich auch als Desktop, jedoch benutzen manche dann lieber die kleinen Minor Releases wie 20.10, weil die etwas aktuelleren Softwarestand haben. Aber das lässt sich anhand der Repositories ja alles beeinflussen. In meinem Blog gibt es eine kurze Zusammenfassung zu dem, was wir heute machen werden mit den ganzen Befehlen, die wir durchgehen werden und wie wir das Ganze installieren, schauen wir uns jetzt in diesem Video hier an. Und wenn ihr noch keinen Linux Server habt oder einen PC, der nicht virtualisierungsfähig ist und ihr eine Virtual Box, Multipass oder VMware nutzen könnt, könnt ihr über NetCup günstig einen Server anmieten. Dieser gibt es hier ab 2,42 Euro. Einfach hier den Gutscheincode herausnehmen und dann oben bei Gutscheincode einlösen. Dann könnt ihr euch einen eigenen V-Shiver im Rechenzentrum anmieten und bekommt dann eben die Möglichkeit, dort das neueste Ubuntu eben drauf zu installieren. Danach könnt ihr die ganzen Tutorials mit mir durchgehen, die ich hier in diesem Video auch immer wieder erkläre. Wenn einer dieser Codes ungültig sein sollte, kein Problem, einfach kurz eine Nachricht an mich schicken und ich aktualisiere dann die Gutscheincodes und ihr kriegt dann einen persönlichen Gutscheincode von mir auch zugesandt. Gut, soweit zu NetCup. Schauen wir uns an, WordPress brauchen wir auf der Seite WordPress.org, kriegen wir das aktuellste WordPress. Hier rechts oben Get WordPress und das machen wir dann gleich in unserem Linux System mit W-Get, laden wir uns das Ganze auch herunter. Und ich erstelle mir jetzt eine neue virtuelle Maschine über das Multipass-Tool. Wer es noch nicht gesehen hat, mein voriges Video dazu von Canonical Multipass-Virtualisierung von Ubuntu 4Ms auf einem lokalen Rechner in wenigen Sekunden. Und dazu brauche ich einfach nur mein Terminal öffnen, gebe hier ein Multipass-List und habe hier noch keine Instanz. Ich kann mir jetzt hier sagen Launch und wenn ich mit Help Launch kann ich mir anschauen, was kann ich hier machen. Wir können hier eine Instanz neu erstellen. Unter anderem können wir auch angeben, wie viel Memory wir zugeteilt haben wollen, wie viel Gigabyte Disk Space, wie viel CPUs und so weiter. Mit Multipass-Find sehen wir, welche Images gerade verfügbar sind und wir nehmen uns hier Multipass-LTS. Standardmäßig wird das neueste LTS genommen. Man kann aber auch einzelne Images dann auswählen, indem wir dann zum Beispiel das Image mit angeben, hier als Image. Gut, wie machen wir das? Multipass-Launch und dann sagen wir, wir benennen das mit PHP 8WP. PHP 8WP zum Beispiel. Ubuntu-TAP 8WP. Und was geschieht jetzt? Es wird das Image, wenn es nicht schon vorgeladen worden ist und mitgekommen, neu heruntergeladen, gestartet und eingerichtet. Wir haben dann direkten Zugriff drauf auf unsere Netzwerkschnittstelle. Wir müssen hier nichts mit Netzwerkbrücken wie bei VirtualBox oder VMware einstellen, sondern können dann direkt so im System arbeiten. Wir sehen, innerhalb weniger Sekunden steht uns ein frisches Ubuntu-System bereit, in dem Fall eben 20.04 LTS. Wir müssen das noch kurz warten, bis die Maschine gestartet ist und jetzt ist sie schon bereit. Multipass-List sehen wir. Unser Ubuntu-System trägt die IP-Adresse 1.2.6.8.64.5 und mit dieser IP-Adresse können wir dann auch unser WordPress ansprechen. Als allererstes müssen wir uns ein Repository von Andrej zur Verfügung stellen. Das sind Repository, sind PHP-Pakete, die ein Entwickler zur Verfügung stellt, speziell für Debian und Ubuntu. Für Red Hat CentOS gibt es hier andere Leute, die das dann machen. Und ich schaue noch schnell kurz die URL an, deb.suri.org zum Beispiel. Und hier haben wir für Ubuntu das Repository und eben auch für Debian. Und wenn wir diese Package nutzen von diesem Entwickler, haben wir immer die aktuellsten Versionen von PHP, die weit voraus sind von dem, was Ubuntu selbst mitliefert oder Debian. Hier in dem Fall haben wir jetzt Ubuntu 20.04 und wenn wir da reinschauen, sehen wir hier die ganzen Pakete, die zur Verfügung stehen. Und im Prinzip brauchen wir nur diesen Befehl Add Repository PPA Entree und dann ein APD-Get-Update zu bewerkstelligen. Gut, ich nehme das Ganze mal raus und wir müssen uns jetzt noch hier auf unser Ubuntu-System connecten. Entweder mit SSH bzw. Multipath Shell können wir dann die Shell und den Ubuntu-PAP-8-WP eingeben, um uns auf die Shell des Systems zu connecten. Und wir sehen auch hier schon, der Hostnehmer ist gesetzt, Ubuntu-PAP-WP-8. Gut, wir können jetzt alles mit Sudokommands ausführen oder ich wechsle einfach in den Root-Benutzer und bin jetzt hier das Root angemeldet und kann jetzt mir alle Befehle ausführen lassen, ohne dass ich immer sudo voranstellen muss. Gut, wir nehmen uns hier den Befehl heraus. Ich mache das mal hier ein bisschen größer. Und Add App Repository PPA Entree und starten das Ganze jetzt einmal. Ich habe den Bildschirm nochmal gecleared und fügen das Repository hinzu. Das Ganze können wir jetzt auch mit Enter nochmal bestätigen. Hier gibt es noch eine Info dazu. Und danach müssen wir noch ein Update machen, damit das Repository auch aktiv verwendet werden kann. Einfach get update. Das dauert ein bisschen, bis das Ganze gefetscht worden ist. Get update. Und jetzt wird das hier alles geupdatet. Und jetzt installieren wir uns schon mal abget install apache 2 und php 8.0 können wir uns schon installieren. lib apache 2 mod php 8.0. Dann haben wir mal so ein Grundgerüst mit installiert. Hier werden noch einige zusätzliche Packages natürlich mitgeladen und installiert. Das bestätigen wir einfach mit Yes. Und danach können wir uns noch einige Module mit installieren, die wir dann auch für eine WordPress Plugins und so weiter für WordPress Selbstbrauchung, wie zum Beispiel MySQL Plugin für PHP 8 und PHP 8 FPM zum Beispiel. Da machen wir uns einfach eine lange Zeile. Die findet man dann auch in meinem Blogbeitrag alles schön der Reihe nach aufgelistet. Also wenn wir hier auf meinem Blogbeitrag schauen, sehen wir auch hier zum Beispiel PHP 8 Common, XML und so weiter. Und das wird auch je nachdem, wie sich die Installationsarten, Versionen ändern, auch dann abgedatet von mir. Und können quasi diesen ganzen Blog hier übernehmen und fügen den ganzen einfach ein, weil das ist schon relativ viel. Hier wird das PHP 8 Common installiert, MySQL Modul, XML, Curl selbst, GD für die Bildbearbeitungs-CLI kommt hier rein, die Dev, IMAPs, der MB-String, der Opcache, Soap-Schnittstelle für die APIs zum Beispiel, ZIP, FPM selbst und Lib Apache 2 das FCGI Mod. Hier oben haben wir selbst den Mod PHP 8 von Lib Apache 2. Danach müssen wir noch die Konfiguration aktivieren, A2EN Mod, Roxy FCGI und das Set Environment. Das können wir dann einfach so übernehmen. Und das dauert auch nur einen kleinen Augenblick. Und danach gehen es weiter in die Konfiguration, wo wir die Konfiguration aktivieren für PHP 8.0 FPM. Danach müssen wir den Apache natürlich neu starten, damit er die Änderungen auch aktiviert. So, das ist gleich fertig. Hier werden noch die MAN-DB geladen und die System-D-Triggers sind hier schon geladen, sodass wir das über System-Control alles managen können natürlich. Und jetzt warten wir noch kurz, bevor wir hier weitergehen. Hier wird es auch nochmal benachrichtigt. Wir können das gleiche einfach hier rausnehmen und geben das hier einfach ein und natürlich hier A2EN-Conf und danach ein Restart, System-Control-Restart. Es wird einfach vieles schon vorgegeben in den ganzen Systemen. Gut, als nächstes machen wir uns mal eine Beispiel-Datei. Wenn wir uns jetzt die URL anschauen, meine IP-Adresse ist in dem Falle, hier steht die INET-Adresse, das ist meine IP-Adresse von der VMWare. Wenn ich mir die jetzt aufrufe, habe ich hier eine Apache-Ubuntu-Testpage, die funktioniert schon mal, aber ich möchte mir jetzt mal die PHP-Infos anschauen. Das ist in www.html und darin kann ich mir entweder mit Nano oder mit VI, ich nehme mal Nano der Einfachkeit halber, weil ich für jetzt erklären möchte natürlich, eine PHP-Info-Datei anlegen und speichern das Ganze. So, jetzt haben wir hier eine PHP-Info-Datei, die können wir jetzt aufrufen, indem wir dann noch slash info und PHP dran geben und dann sieht die Seite so aus. Wir haben hier PHP-Version 8 und die Informationen dazu. Gut, als nächstes müssen wir uns WordPress natürlich runterladen. Dazu gehen wir einfach auf die WordPress-Seite selbst. Unter WordPress haben wir auf der Startseite Get WordPress und dort haben wir den Download für das aktuelle Target-Set-File. Link rauskopieren, beziehungsweise wir können das auch händisch natürlich eingeben. Mit W-GET können wir https-wordpress.org-latest-tar.gz herunterladen und danach entpacken wir das Ganze. Das geht mit tar-xvfz-latest-tar-gz und wir müssen die Berechtigungen ändern des Owners, dass auch Apache darauf zugreifen kann. Change-own, www.data ist der Standardbenutzer dafür, data-word-r, großes R, WordPress, damit es auch rekursiv geschieht. Jetzt haben wir hier www.data für den User und für die ID. Als nächstes brauchen wir den MariaDB-Server abget install MariaDB-Server und bestätigen mit Yes und wenn wir uns wieder mal in den Block hineinschauen, sehen wir, wir können hier Benutzer anlegen, den wir mit MySQL uns dort darauf anmelden und dann Create User WordPress Identified bei MyWP Pass. Das können wir uns auch so rausnehmen und dann erstellen wir uns eine Datenbank mit WordPress und die Berechtigungen geben wir dann auf. MySQL-U-Root und geben wir ein Create User, dann der Benutzername, von wo er connecten darf, mit einem Add-Zeichen getrennt und dann Authentifizierung mit einem Passwort. Das Passwort lautet MyWP Pass und danach geben wir ein Create Database WordPress. Das nehme ich mir auch aus meinem Blog heraus, Create Database WordPress zum Beispiel und dann können wir sagen, grant all privileges on WordPress.stern, wo wir die WordPress Datenbank die Berechtigung geben, auf den Benutzer WordPress Localhost zu geben und das Ganze können wir testen mit mysql-u-wordpress-p-wordpress für die Datenbank, also User. Dann wollen wir eine Passwort-Authentifizierung haben und die Datenbank ist WordPress und dann geben wir ein mywp-pass und wenn wir uns da richtig alles angegeben haben, können wir uns einloggen im System. Gut, jetzt können wir die URL aufrufen mit slash WordPress vorne dran. Das heißt, nehmen wir mal her, ich muss auf ein zweites Fenster machen, WordPress und sehen wir bei der URL auch, dass wir hier automatisch slash WordPress haben und er leitet automatisch weiter auf wp-admin-setup-config und jetzt können wir die Konfiguration mal durchspielen. Wir haben hier Deutsch zum Beispiel, je nachdem, welche Sprache sie nutzen und dann sagt er uns schon, die Konfiguration für die Datenbank müssen wir vornehmen und Benutzernamen haben wir WordPress genommen, die Datenbankname haben wir ebenfalls WordPress genommen, mywp-pass, hier kommt ihr Passwort natürlich rein, Tabellenpräfix, wir haben Datenbank am selben Server, der Localhost, das passt dann so, übernehmen das Ganze, jetzt sagen wir, Rene ist Testblock, Benutzername ist der Rene und hier können wir ein Passwort angeben, was nehme ich denn für ein Passwort, nehmen wir einfach visionmax2.21 und das Passwort speichere ich mir gleich mal, gebe eine E-Mail-Adresse an und sage WordPress installieren und jetzt Installation erfolgreich. Jetzt haben wir es geschafft, Rene ist der Benutzername, Passwort, das Passwort, das ich gerade genommen habe und kann mich dann direkt in meinem aktuellen WordPress anmelden, habe schon einige Aktualisierungen da und schauen wir mal, ob die Aktualisierungen auch funktionieren und wissen wir, dass die Ordnerberechtigungen richtig gesetzt sind und wir haben dann quasi jetzt eine lokale WordPress-Installation auf dem aktuellen Mac OS, Windows oder Linux System drauf in der Ubuntu-Virtuellmaschine, die wir, also in meinem Fall habe ich die auf dem Multipass installiert, kann natürlich auf Ihren Server genauso sein, es geht wichtig davon, dass Sie eine frische Ubuntu-Installation haben und natürlich, wenn sich die PHP-Versionen mal ändern, 8.1 und so weiter, die Versionen dann auch dementsprechend, die Installationen dann dahingehend ersetzen. Man kann auch alles nachträglich noch ersetzen, alles kein Problem, wichtig ist eben nur, dass Sie dann auch wissen, wenn es eine neue Version gibt, schauen Sie einfach auf prp.net nach oder suchen Sie danach, prp.net, dort sehen Sie dann auch die neuesten Versionen, die es derzeit gibt und dank des Surrey-Paketes haben wir dann immer aktuell die Versionen, hier 8.0.1 und als alternative Upt-Cache können wir schauen, dann search prp.8, hier sehen wir dann, welche prp.8 Pakete verfügbar sind, gibt es hier 8.1 schon, nehmen Sie die 8.1, gibt es 8.2, 8.3, 8.4 und so weiter, die Entwicklung schläft nicht, also dahingehend nur keine Scheu und wenn ihr dazu Fragen habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar, Daumen nach oben, wäre super, wenn ihr ein Abo dalassen wollt, auch gerne geschehen, ich werde mich dann auch noch weiter diesem Thema widmen, auch mit anderen Distributionen, gerade was ich sehr oft gerne nutze, ist Red Hat oder CentOS, dahingehend können wir das auch dann sicherlich machen, Red Hat 8, pp.8.0.1 ist dem 7. Jänner released worden, aber noch relativ frisch. Gut, soweit mal zu diesem Thema, wenn ihr dazu jetzt noch Fragen habt, wie gesagt, in den Kommentaren hinterlassen, zum Multipass, schaut einfach mal ein anderes Video an, was ich vorab hochgeladen habe, auf diesem Kanal und weitere Videos folgen dann noch, die sich dem Thema ähneln. Auf diesem Kanal werde ich in Zukunft weitere Videos posten, die sich allgemein mit der Systemadministration handeln, mit macOS handeln, teilweise vielleicht auch mit Windows-Themen, dazu fehlt mir aber derzeit eine Windows-Maschine. Ganz einfach, deshalb mache ich auch nichts mit Windows, habe auch Windows lange nicht in Verwendung gehabt, allerdings muss ich immer wieder Windows benötigen, da ich einen Teil meiner Kurse auch natürlich mit Office verbringe, einige meiner Teilnehmer, Office Teilnehmer sind, die sich mit Word, Excel und so weiter auseinandersetzen, auch mit Access-Datenbanken und davon bin ich momentan halt immer weiter entfernt. Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt, wünsche euch hier weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal und allgemein auf dieser Plattform und für ein Abo bin ich immer zu haben und falls ihr noch Interesse bekommen habt, hier weiter über Linux Genaues zu lernen und studieren, könnt ihr auch natürlich meinen Red Hat Kurs euch ansehen lassen. Ich habe nicht nur Red Hat RH134, sondern RH124 auch noch, aber dieser ist jetzt mein aktuelles neuester Kurs und den möchte ich euch einmal kurz mal vorstellen. In diesem Kurs schauen wir uns nämlich an, was du hier lernen willst, den Umgang mit dem Linux Bootloader, mit Grupp 2, wie man einen Linux Kernel booten kann, unterschiedliche Kernelflakes und Optionen setzen kann. Wir schauen uns an, wie SE Linux funktioniert, ein Sicherheitssystem unter Red Hat und CentOS. Es handelt sich hierbei nicht nur um Red Hat selbst, sondern man lernt auch allgemein viel für alle anderen Distributionen auch. Wir schauen uns an, was LVM Festplattenmanagement betrifft, wie wir den VDO Virtual Data Optimizer Volumes erstellen können und welche Vorteile sowas hat, wie wir RAID-Systeme anlegen können, was Unterschiede zu GPT und MBR sind, die Partition-Tabellen, wie wir Umgang mit Parted haben, eine Kernel-Verwaltung, wie wir einen neuen Kernel installieren können und davon booten können, Bash-Scripting-Grundlagen, ganz rudimentär, Open-SSH-Konfigurationen, wie wir über SSH-Dateien übertragen können und natürlich wie wir Firewall einrichten können und verwalten können mit NF-Tables beziehungsweise dem Firewall-Command und natürlich auch wichtig, wie man ein Root-Passwort zurücksetzen kann mit SE-Linux. Das habe ich auch in einem meiner Videos auf dem YouTube-Panel veröffentlicht, weil das war sehr, sehr gefragt. Stratis-Volume, was ist Stratis überhaupt, welche Unterschiede gibt es zu ZFS, BetaFS und so weiter. Wir schauen uns auch an, was Lux ist, ein verschlüsseltes Volume, wie wir dieses anlegen können und entschlüsseln können und XFS, X4, Dateisystemmanagement, wie Ganze funktioniert, wie können wir Partitionen erweitern und verkleinern und was ist überhaupt möglich damit. Wir schauen uns kurz auch die Web-Server-Grundlagen an, wie wir einen Web-Server installieren. Haben wir in diesem Video im Prinzip ja auch schon kennengelernt, wie wir Apache installieren oder eine WordPress installieren und auch wichtig, wie wir Datenfreigaben machen können mittels Samba und NFS und dann auch die Berechtigungen dahingehend vergeben können. Das alles lernt in diesem Kurs. Insgesamt dauert er derzeit über 12 Stunden. Ich bin mir sicher, die wird noch auf 13, 14, 15 Stunden anwachsen, denn ich plane noch weitere Themen in diesem Kurs zu veröffentlichen und man kriegt den natürlich über die Gutscheincodes, über meine Webseite renefürst.eu viel günstiger mit einem Gutscheincode einfach auf renefürst.eu immer gehen und dort schauen nach den aktuellen Angeboten, wenn wir uns die Webseite ansehen, wo ist sie denn? Zu viele Fenster offen, ganz eindeutig und sollte ich hier mehr Tabs wiederverwenden. Und über die Webseite sehen wir dann auch, hier ist noch ein WordPress, ganz oben Aktionen, dort findet ihr immer meine aktuellen Monatsaktionen, aktuell gerade die Neujahr-Seal-Angebote und hier oben ist im Neujahr-Seal-Angebot auch mein Red Hat-System dabei, wo ihr den Kurs dann zwischen 13 und 20 Euro jeweils kaufen könnt, manchmal sogar billiger, manchmal etwas teurer, das kommt immer ganz auf die Aktion an. Bedenkt daran, ihr unterstützt mich auch natürlich dabei und ihr lernt eine Menge dabei und ganz nebenbei könnt ihr dann vielleicht, wenn ihr Lust habt und die Kurse absolviert habt, auch eine Linux-Zertifizierung anstreben, denn ihr seid dann bestens vorbereitet darauf. Ja, das war es jetzt um das ganze Geschwafel herum. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin viel Spaß jetzt auf dieser Platte.